so kommen wir jetzt aber zu den guten sachen einer meinte bei unusual memes ist nichts schlimmes dabei folge 109 ich freue mich wieder natürlich wie immer auf die tiere normaler abend in der hut alter überlegt mal es würde den club für autos geben junge du stehst einfach eine schlange mit einem auto sagt natürlich auto ist weg als faktor kommst nicht rein okay waschbären sind einfach so nice tiere wirklich eines tages steht eines tages als haustier so junge okay das ist wahrscheinlich auch das einzige was er am dead sein feiert einfach okay but it don't the dog with the butter let it go i'll put the butter on him the dog hat dir eine nachricht geschickt yo das ist eine baby schlange auch wild alter überlegen mal das ist ein normales outfit in der schule auch süß als ob das sind ungefähr zuschauer die mit instagram die ms einsenden okay die die m rein es leiden wollen von irgendeinem girl oder von irgendeinem typen so und das ist die antwort ist die reaktion digga direkte abfuhr normalerweise diese mikrofongeschichten diese mini mikrofongeschichten mit katzen oder mit hunden bin ich immer so ein bisschen ausgelutscht aber das finde ich tatsächlich ziemlich süß okay 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 thank you Ich bin jetzt hier. Bronco, was die fu- Oh, das ist so gut. Was ist Ey Mal wieder Ich weiß nicht War die letzte Episode Wie lang das her ist Aber Das waren jetzt wieder mal so Drei, vier Clips hintereinander Wo einfach nur Wo ich Einfach nur leere Mein Kopf war einfach nur Nichts Leere Gar nichts Kmdd.de Okay Auch sehr süß Boah, das ist tatsächlich Eine sehr gute Aufnahme Könnte in so einer Tierdoku Äh, auch drin sein So stelle ich mir auch Ein bisschen so eine Job vor Von so Leuten Die so eine Tierdoku verfilmen Digga, du brauchst ja Unheimlich viel Geduld Und viel Zeit Stellst du eine Kamera auf Und wartest so zum Teil Drei Tage Dass was passiert Das ist insane Ah, sogar zwei Ah, vier Okay Okay Live and let's die You can't do that? Let's go, fuck What's up? Hurry Was ist das? Ist kein Hund, oder? Ein Babyfuchs, oder was? Ach, wild Ist ja okay Also, bestes Halloween Äh, Kostüm Es ist ein Junge Michael Parkour Parkour Boah, die waren aber Übel fleißig In der Babyproduktion Digga Moin Die Katze gönnt gar nicht Okay Boah, ist das nicht gefährlich? Nee Einfach nein Diese ein, vier Clips hintereinander Die waren ziemlich Die waren echt Äh, die waren ziemlich wild Aber ansonsten sehr gut gewesen No Tj Tj Nes号 E Tj Ms thì f daar they are they like to notice You may not know about this próximo video